Herzlich Willkommen zu einem weiteren astrologischen Einblick und ich möchte vorweg schicken, dass ich keinerlei Agenda damit verfolge, das heißt weder Pro oder Contra von etwas bin, sondern mein Hemd neutralisiert, nicht neutralisiert, symbolisiert schon weißes Hemd, hallo, neutral. Und ich finde es ganz wichtig, dass es eben gerade in einer Zeit, wo sehr viel polarisierende Meinungen vorherrschen, also wir kriegen ja alles mundgerecht immer aufgearbeitet, das sind die Guten, das sind die Bösen und wir müssen den Guten helfen und das Böse bekämpfen. Das ist ja ein sehr simples Narrativ, das allerdings in keiner Mysterientradition Bestand hat, weil nie etwas nur Gut oder Böse ist. Also dieses ganze moralinsaure Übergebälk, was da immer aufgebaut wird, das ist nicht haltbar, weil es nie eine einfache Antwort gibt, weil es nie einen Guten und einen Bösen gibt. Das sieht man auch in Familiensystemen und Konstellationen. Manche Leute passen halt einfach nicht zusammen und die sind vielleicht furchtbare Väter, aber wunderbare Freunde zu jemand anderem. Und das ist eben so der Punkt, auf den ich hinaus will. Es geht darum, Temperamente richtig einzuschätzen, gewisse Anlagen zu verstehen, an sich zu verstehen und dadurch dann auch zu verstehen, passt die Kombination oder passt diese Kombination nicht. Und ich habe heute ein Video vorbereitet, wo ich diese großen beiden, ich nenne es jetzt unter Anführungszeichen Streithähne, nämlich Zelensky und Putin, die ja bei diesem Ukraine-Konflikt, die Federführer sind auf beiden Seiten, habe ich mir mal angeschaut astrologisch und ich möchte das heute einfach mal zeigen, weil es eben darum geht, Temperamente zu verstehen. Und die Grundlage, da geht es jetzt nicht darum, ist dieser Konflikt gut oder schlecht oder richtig oder falsch oder wer hat Recht und wer hat Unrecht, denn Krieg an sich, da brauchen wir glaube ich nicht reden, ist nie ein tolles Mittel, weil es ist einfach die Fortführung von politischen Agenden mit Gewalt und letzten Endes, wer zahlt drauf? Natürlich immer das Volk, das ist ja ganz klar. Und ich denke, das sollte klar sein, auf allen Seiten. Und wenn wir uns jetzt so Putin und Zelensky anschauen, dann geht es mir darum, dass ich sage, können sich solche Leute grundsätzlich vertragen oder nicht? Also können die gut reden oder nicht? Du kennst das vielleicht. Man setzt sich zusammen mit jemandem und hat sofort einen guten Vibe. Man kommt gut zusammen. Man kann sich das energetisch auf der Chakrenebene herholen oder eben auch astrologisch, dass man sagt, wie gut verstehen sich denn die persönlichen Planeten, Venus, Merkur, die Sonne, Mond und so weiter. Wie gut versteht sich denn das? Kommt da was zusammen oder nicht? Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Zuerst mal mit einer Synastrie. Und am Ende des Videos habe ich dann noch einen Teil eines Learnings quasi vorbereitet, dass ich sage, was können wir aus dieser Situation, aus dieser Krise für uns selber auch mitnehmen. Aber grundsätzlich geht es jetzt mir nur mal um die Temperamente. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. So, wir schauen jetzt rein einmal bei Wladimir Putin und Zelensky. Zu den Horoskopdaten vielleicht noch ganz kurz. Die Geburtsdaten, also der Geburtsort, Geburtsdatum stimmt auf jeden Fall. Geburtszeit ist so eine Frage. Deshalb lasse ich die Häuser jetzt einfach mal weg. Aber grundsätzlich, die Planetenkonstellationen sind meines Erachtens noch haltbar, weil die Geburtsdaten und Geburtsort, also das stimmt auf jeden Fall mal. Und dann schauen wir da mal rein. Okay, also was können wir denn da sehen? Interessant ist auf jeden Fall mal diese Anballung so in der Waage, wenn ihr das seht. Also innen ist das Horoskop von Putin, außen ist das von Zelensky. Und das ist eben eine sogenannte Synastrie. Okay, also das heißt, wir sehen da jetzt, welche Konstellationen bilden denn die beiden gemeinsam. Das ist ähnlich wie, man kann sich das vorstellen, wenn ich mir das Neumondhoroskop anschaue oder dann auch Transite drauflege. Das ist eine ähnliche astrologische Technik. Gut, und wenn wir jetzt drauf schauen, dann sehen wir gleich mal in der Waage, da hat ja Putin einiges stehen. Der hat da seine Sonne, seinen Saturn, den Neptun und den Merkur stehen. Und das sind an sich natürlich schon, es sagt einiges über den Charakter von Putin aus. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, über was das jetzt alles bedeutet. Aber grundsätzlich geht es mir darum, dass der Pluto von Zelensky eine Konjunktion mit der Sonne von Wladimir Putin macht. Das heißt schon einmal, der nervt, man nervt sich da gegenseitig. Also auf der einen Seite bringt Putin so quasi die Schattenseiten von Zelensky ein bisschen so ans Licht mit seiner Sonne. Und andererseits auch wird so der Ausdruck von Putin da einfach gerät da unter Druck. Und das ist einfach schon mal so eine Energie, da nervt man sich gegenseitig. Und das ist schon mal nicht zu unterschätzen. Also Sonne Pluto ist auf jeden Fall schon mal eine anstrengende Geschichte, die wir da haben. Das nächste, was jetzt auffällt, ist natürlich dann auch der Merkur. Schauen wir da nochmal rein. Der Merkur von Zelensky macht auch ein Quadrat zur Sonne hin. Das heißt, das, was der ausdrückt, was der sagt, dieser Zelensky, nervt natürlich auch nochmal Putin. Also der hält den, ja, noch dazu mit Merkur im Steinbock. Da ist man ja sehr oft so predigend oder so, was ist richtig, was ist falsch. Und das nervt natürlich Putin auch. Also da ist auch schon einmal ein Missverständnis ein bisschen vorprogrammiert in dieser ganzen Konstellation. Was natürlich ganz massiv einwirkt, ist die Konjunktion, ich habe Sonne Pluto bereits erwähnt, aber wir haben diese Konjunktion natürlich auch Pluto-Saturn. Und Pluto-Saturn ist natürlich eine Ausweglosigkeit. Das heißt, es ist ein Mächtekampf, ein Feststecken. Und da kommt man auf keine Lösung. Und da steht auch zwar in der Waage, ja, nicht so schlecht, aber du kriegst eigentlich diplomatisch keine Lösung hin. Das heißt, die würden das nicht schaffen. Die würden auch am Stammtisch streitend werden. Das Problem ist halt, dass beide Führer eines Landes sind und deshalb auch Streitkräfte mobilisieren können. Die würden sich vielleicht so streiten und dann einmal gegenseitig sich mal eine reinhauen, wenn die im Wirtshaus sitzen würden, weil sie sich nicht leiden können oder würden das eh schon spüren und sich dann aus dem Weg gehen. Und was auch natürlich interessant ist bei dieser ganzen Kombination, ist Uranus-Pluto-Quadrat. Das heißt, das ist auch dieser plötzliche Ausbruch. Da kann man auch sagen, so plötzlicher, also Macht-On-Macht, wo Konflikte aufschwielen und überraschend das auch aufbrechen kann. Und da ist der Uranus von Zelensky im Skorpion, also auch sehr meinungsstark, und der Pluto von Putin im Löwen. Das heißt, das sind beide nicht die leichtesten Charaktere, sagen wir mal so. Und noch dazu, man kann sich es ja einmal einfacher vorstellen. Der Vollblutpolitiker Putin hat einen Schauspieler vorgesetzt bekommen, Zelensky. Und wie gut können sich die verstehen? Der kann ja den gar nicht ernst nehmen. Und letzten Endes auch umgekehrt, man spielt halt so lange herum, aus Zelenskys Variante jetzt, bis man halt den schlafenden Riesen weckt und so lange genervt hat, bis es halt dann reicht. Und noch einmal, da sage ich nicht, das ist gut oder schlecht. Das ist jetzt eine Beobachtung, eine Interpretation. Wenn man sich die Horoskope anschaut, die können sich nicht vertragen. Das sind jetzt einmal ein paar dieser Aspekte. Was ich jetzt noch herausgearbeitet habe, um heute nicht zu lange zu werden, weil man müsste dann noch in die Tiefe schauen, die Horoskope einzeln anschauen, alles zusammen. Das mache ich heute nicht. Da geht es mir nur darum, die Temperamente vertragen sich nicht von den beiden. Da kann nichts anderes rauskommen. Im Wirtshaus eine Rauferei, eine lautstarke Auseinandersetzung. Und es gibt halt da auch keiner nach. Und das Problem ist halt einfach, naja, was passiert, wenn man, wenn sich ein Land gegen eine Weltmacht stellt. Brauchen wir nicht reden. Das ist ein No-Brainer. Und jetzt schauen wir weiter. Ich habe jetzt noch ein Kombin erstellt von Putin und Zelensky. Und dass man vielleicht sagt, was wäre denn das Learning aus dieser Konstellation? Das heißt, was könnten Sie sich, wenn das jetzt ein Einzelhoroskop wäre, was wäre denn da das Thema? Und da haben wir schon den Saturn am Aszendenten. Und wie gesagt, das ist jetzt alles nicht hundertprozentig astrologisch valide. Da geht es nur als Anschauung. Denn Saturn, das heißt, da geht es darum, um Bestimmung auszuüben. Und wo sollen Sie Bestimmung ausüben? Oder wo soll dieses Horoskop Bestimmung ausüben? Über das Volk, so an der Spitze zweites Haus. Über das Kollektiv, das Volk, die Herde. Aber auf welche Art? Auf eine fischige Art. Und wenn man sich das anschaue, fischige Art, das wäre ja eigentlich dann weichere Grenzen. Und versöhnlicher sollte das alles laufen, was ja nicht passiert in dem Fall. Dann schauen wir da noch ein bisschen weiter. Die Sonne Zwilling, das heißt, wir haben da Kommunikation. Wir haben da einen Optimismus. Es soll etwas raufgehen. Also man soll etwas Positives auch darstellen da. Also mit der Sonne. Und auch ein bisschen die eigenen Emotionen beleuchten. Also Licht auch auf die eigenen Gefühle bringen. Und da vielleicht einmal ein bisschen Heilung reinbringen. Und mit der Venus im fünften Haus und in Zwilling, da wirkt man natürlich dann schon auch irgendwo anziehender, sagen wir mal so. Der Punkt ist natürlich, wir haben da auch diese Pluto-Quadrate hin zur Sonne. Wir haben eine Pluto-Mars-Konjunktion. Und Pluto-Mars-Konjunktion ist ja natürlich auch immer diese Gewalt. Das ist Gewalt. Das heißt, da hat man mit Gewalt zu tun, wenn man sich begegnet. So würde ich das sagen. So im Siebenerhaus. Also Pluto-Mars und der Uranus ist auch noch dabei. Das heißt, da ist immer wieder so ein Aufflammen von Gewalt möglich. Das heißt, das wäre schon jemand, der meines Erachtens nach, wenn er sich nicht rationell, also wenn man nicht nachdenkt, weil das ist ja eine Jungfrau, weil das wäre so meiner Meinung nach das Learning. Wenn man nicht ein bisschen rationell praktisch denkt, ist das Aufflammen der Gewalt. Und da kommt man auch nicht raus. Das Ziel der ganzen Sache wäre natürlich, also der Skorpion, der Pluto am MC. Und da geht es eben darum, sich selber auch zu transformieren und nicht über andere herrschen zu wollen. Also das wäre eigentlich so das Learning daraus. Und wenn man dann sagt, okay, ich gehe in mein Innerstes mit der Sonne in 4 und ich lerne dann daraus, dann könnte man sagen, okay, Lektion verfehlt setzen. Weil dann wäre vom Astrologischen die Lernaufgabe einfach nicht erfüllt. Und dann, wenn man über die Gewalt lernt, naja, dann kommt halt eine andere Spirale rein. Und das ist halt dann immer so ein bisschen das Kritische bei der ganzen Geschichte. Ja, das wäre mal so ein kurzer Einblick in Putin und Zelensky. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um eine Seite, die ich da jetzt einnehmen möchte, sondern einfach nur um Temperamente, die zusammenkommen. Und ich bin gespannt, was du jetzt davon hältst. Schreib es mir in die Kommentare. Möchtest du mehr solche Vergleiche sehen? Dann schreib es mir gerne auch rein. Abonniere meinen Kanal, bitte teil das Video. Und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, dass die Dinge nie so einfach sind, wie sie uns vielleicht einmal aufbereitet werden. Denn rein von der astrologischen Sicht her, auch von der energetischen Sicht, ist das nicht so haltbar. Ich bin Oliver Erreni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und wenn dich mal selber ein Horoskop interessiert oder wenn du mal auch energetisch ein bisschen was lernen möchtest, dann komm doch einfach zu einem Kurs, mach mal eine Sitzung bei mir aus. Geht online oder auch live. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und Tschüss.